... enorm zugenommen haben, ist das eine konditionelle Höchstleistung. Dimitri Zawitzki. Jetzt der Turnarmbaren in seiner Riege. Mit dem Felge Halbe werden wir auch viel sehen. Von den E-Women eine ED-Kombination. Hier zu beachten die Griffunsicherheiten. Ja, da hat er ein paar aufzuweisen. Auch das sehen wir oft, den Riesenfelgesalto, Doppelsalto-Bälle als E-Teil. Betont, also auch hier 5 Zehntel für ein E-Element. A 1 Zehntel und dann in 1,5 Zehntel-Schritten geht es weiter voran, der Miedorf. Ja, der viel gezahlte Abgang.